hier ist natürlich reicht so das reicht so vielleicht sieht man es von unten nicht gut dann müssen wir nur noch mal hoch wenn wir der glas geholt haben und uns auch für hier noch was anti spawn technisches einfallen lassen natürlich ein bisschen tut sich ja natürlich ein bisschen wo wäre es weg so wäre es auch weg so so war es auch weg ok dann machen wir das so jawohl die jetzt weg tun ok dann lassen wir es also und können wir hier da können wir ins wasser springen haben wir hier ein spornproblem ja klar da wollten wir wollte ich klausel einsetzen dann ist das hier sowieso wieder erledigt hier sollten wir vielleicht auch noch jetzt komme ich nicht bis oben dran doch ich komme dran sehr gut sollte man vielleicht auch noch diverse lampen close to uns reinsetzen kann man auch die fackeln vom dach nehmen gar nicht so schlecht gar nicht nur schlecht und dann machen wir mal diesen hier wir hatten ja überlegt den eingangsbereich komplett so zu machen ist in ordnung frage ist nur bis hier oder noch weiter wenn nur bis da was das kann ja weg was machen wir dann mit dem rest des bodens das machen wir auch so und wer glaube ich zu vielen vorschläge hat jemand vorschläge ja ich lasse es einfach mal so jetzt und hoffe mal dass ihr vielleicht ein paar vorschläge macht warum habe ich den weizen neuer tasche oh man wenn es geht es ach so genau wir hatten noch vor licht zu machen wo kloppt denn der klopft von innen ist der hier drin gespawnt oder ist da wieder das schon wieder einer infiziert worden durch die tür wahrscheinlich mein kraft hat sie übrigens seltsam aus warum haben wir das gemacht so so das sind nicht mehr viele williger das sind nicht mehr viele wo machen wir noch lampen in hier ist schon eine hier würde sich anbieten hier eine zu machen machen die direkt am weg ja nur direkt am weg ja hier drei hoch 1 2 3 3 hoch na war klar dass ich nicht treffe das ist auch nicht einfach hallo ja hatte ich auch in den kommentaren grad grad das ist ja mittlerweile schon wieder ein paar folgen ein paar viele folgen genau zu sein die beschwerde dass ich immer noch keine lampen auf unserem weg dahinten gemacht habe ja muss ich zugeben muss ich zugeben die sind überfällig so geht es doch viel einfacher warum immer diese hüpferei dann hätten wir hier nämlich schon alter falsche taste mit gedrückt welche ist das acht war das ja hier ist auf jeden fall noch zu dunkel da möchte ich aber jetzt nicht direkt wieder hier in die ecke setzen mir direkt gegenüber wäre auch blöd so viele lampen wollte ich hier ehrlich gesagt nicht so würde vielleicht doch machen gucken wir mal wieder jetzt aussieht die stehen ja jetzt relativ eng ja kann man eigentlich auch ruhig so eng stellen wobei jetzt allerdings dann natürlich hier auch noch eine hin müsste könnte ja auch mal was zu schreiben vorschläge 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 da bleibt natürlich dunkel aber gut hundertprozentig werden was auch nicht hinkriegen aber das ist schon okay so die zwei ja ja es ist ein bisschen viele lampen eigentlich aber andererseits passt schon die hier ist eigentlich zu viel aber naja mal hier noch eine hin machen hier könnte man auch hinbauen hier brauche ich jetzt keine ich weiß nicht also theoretisch müsste da ja jetzt auch wieder eine hin und gerne tun wir da was hat sorgt sieht hat denn hier sporn mäßig viel sehr viel potenzial zum sporten hier möchte ich aber nicht unbedingt so direkt an den weg wegen den stufen hier vielleicht dahin da sind wir schon wieder am kloppen hey das hat geklappt ich breche ab und hab da gerade gesehen zufällig da hinten am rand wo die herkamen das ist echt kaum zu glauben wo die herkommen ja und die hände von denen gehen nämlich durch die türen durch und deswegen können die da drin infizieren das ist doch recht zum mäuse melken wo klopften der noch da sind sogar wieder mehrere der mit seiner goldrüstung außen hier ist natürlich auch noch super düster da ich dachte darauf verkehr schon haben wieder runter natürlich sind immer noch riesen bereiche na ja wie gesagt komplett verhindern können was wahrscheinlich nicht sei denn wir arbeiten hier noch mit anderen tricks ich jetzt von zahlen ehrlich gesagt ich wüsste welche grüß gott und spinne die idee ist nicht so gut hier können wir auch noch gerne hinsetzen würde ich mal fast sagen oder ihr gegenüber dass die haustür mit beleuchtet ist ja ich hab dich gesehen da war aber jetzt der bogenschütze mehr als ungünstig und hat er uns in richtung des creepers weil ich hatte ihn gehört wo kommt diese stufe her auch da auch auch gott doch gott hier ist ja jede menge am apfel verflucht ja vor allem ist es richtig am apfel es liegt hier nämlich noch nicht mal rum mist 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 ja komm kann ich mir an die ab reagieren genau da kommen noch mehr richtig kommt alle her du auch noch einer wo bist du denn ja ja